Wenn ich ehrlich bin, am Anfang hätte ich dich fast übersehen. Mein Leben ist sowieso schon aufregend genug. Aber irgendwie bin ich auch neugierig. Stimmt es, dass ich mit dir meine Leidenschaft für gutes Essen teilen kann und du so unendlich viele Rezepte kennst? Dass ich mit dir über fast alles reden kann? Reisen, Kino, Politik? Ich habe schnell gemerkt, wie gut ich mich auf deinen Seiten informieren kann. Je besser ich dich kennenlerne, desto mehr mag ich dich. Und umso mehr verwirrst du mich. Du servierst so viel Kleingedrucktes, dass ich mit dem Lesen kaum hinterherkomme. Du willst, dass ich auf tausend Sachen klicke. Das setzt mich unter Druck. Warum bist du eigentlich immer so verdammt neugierig? Was machst du eigentlich mit den ganzen Daten, die ich dir gebe? Ich will nicht ohne dich sein. Aber ich bin vorsichtiger geworden und anspruchsvoller. Wie kriegen wir das hin? Ich brauche einen Begleiter, der mir mein Leben einfacher macht. Dem ich vertrauen kann.